Norddeutscher Rundfunk 2021 Adler und Zecke, bist du in Stellung? Zecke? Wieso Zecke? Zecken sind echt fies. Das ist doch nur so mild. Zecken hängen sich an Leute dran. Und warum nicht Jaguar? Adler und Jaguar. Klingt doch viel besser. Halt mal die Luft an. Sie kommen! Na, du Opfer? Hast du unsere Unterlagen? Jetzt gib mir die Fotos. Okay, Jaguar, Zecke. Du bist dran. Los! Wenn du uns verpfeifst, erfährt die ganze Welt, was für eine Schlampe du bist. Wird deinem Freund bestimmt nicht gefallen. Entschuldigung. Pass mal auf, du Viehauge. Und hast du die Umschläge aufgetauscht? Was ist drin? Die Aufgaben für die Abi-Prüfung. Deshalb haben die Typen Luise erpresst. Klar! Ihre Mutter ist die Schuldirektorin. Die zwei haben den Horizont einer knienenden Ameise. Kein Wunder, dass sie die Prüfungsaufgaben klauen müssen. Hä? Hä? Der kleine Scheiß hat uns verarscht. Benni, sie haben's rausgefunden! Zu mir! Schnell! Stehen bleiben! Auf! Komm schon! Komm! Als je weiter empfinde ich den Horizont einer knienenden Ameise. Aber so verdammt schnell! Hey! Nicht mehr lange! Hey! Spendier! Ah! 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 Habt euch mit dem Falch angelegt! Ihr Hirn-Grofflicht! Ah! 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 Pass auf! Ah! Ich mach' ich fertig! Nein! Ich mach das Madam! Ah! Ah! Alles klar, Poxi! Schnell! Ich kann nicht. Was ist? Komm, ich bin klein. Da sind sie! Ihr Hosen-Scheißer, hör mit dem Umschlag! Den könnt ihr euch bei der Polizei abholen! Ist das eine Unterhose oder eine Waffe? Hat Oma mich geschenkt. Wir kommen wieder runter. Los, komm! Komm! Mein Team, man! Komm, schnell! Komm, schnell! Lauf! Es ist noch Mist. Wir sitzen in der Falle. Schön vorsichtig. Ich war meine Beste in Kibbutu. Ich bin ein Kibbutu. Eddie Boyen. Alice, bist du uns etwa nachgelaufen? Vielen Dank, Alice. Toll, dass du uns retten willst, Alice. Wir sind froh, dich dabei zu haben, Alice. Warum haben kleine Schwestern keinen Ausschalten-Knopf? Klapp halten, alle beide. Was soll die Scheiße, hm? Willst du uns verarschen, oder was? Nee, eigentlich wollte ich nur Zeit schicken. Ah, die Pfefferkörner sorgen mal wieder für Recht und Ordnung. Also irgendwann macht ihr uns noch arbeitslos. Wir haben nichts gemacht, ehrlich, ich schwöre. Wir haben uns ganz wies ausgetrickst. Das besprechen wir jetzt mal ganz in Ruhe auf der Wache. Na, los, komm. Oh, Mann.